Na, was glitzert denn hier? Linke Hand, Ringfinger? Zeigt uns Sila Sahin hier ihren Verlobungsring? Gerüchte gibt es ja schon länger, dass sich die Schauspielerin und der Fußballer Samuel Radlinger verlobt haben sollen. Erst seit Herbst sind die beiden zusammen und dennoch planen sie angeblich bereits die Hochzeit. Zur Festival Night von Bunte und BMW anlässlich der Berlinale kommt der ehemalige GZS-Set-Star ohne den Kicker. Dafür aber mit verdächtigem Klunker. Da versuchen wir natürlich mal nachzufragen. Meinst du die Schuhe? Nein, ich meine nicht die Schuhe. Ich meine die Tasche. Meinst du die Armbände? Das ist ein tolles Schmuckstück, ich weiß. Jeder trägt gerne Schmuck. Dazu sage ich leider nichts. Naja, manchmal sagt ein Lächeln und ein funkelnder Ring ja auch mehr als tausend Worte. So, ja, das ist schon laierschäu. Alles. Ich bin voll seit Herbst.